Hallo, ich habe diese Sicherheitsschlöße als Produkttester erhalten. Meine Meinung ist aber unbeeinflusst. Packen wir es mal aus. Da haben wir schon mal die Beschreibung. Hier sind die folgenden Schlösser. Schauen wir gleich mal. Wir haben verschiedene Schlüssel. Nachprüfen. Der funktioniert ja nicht. Soll er ja auch nicht. Und umgekehrt genauso wenig. Machen wir es so. Aha. Funktioniert wunderbar. Der schnappt nicht zu, sondern muss zugedreht werden. Testen wir den anderen auch noch mal. Machen wir auf dieselbe brutale Art. Auch dieses Schloss schließt wunderbar. Schlüssel lässt sich auch nur so abziehen. Wer so etwas haben möchte, kann es sich gerne kaufen. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. oder euch eines der anderen Videos anseht. Kommentare sind auch erwünscht. Und ich danke dafür, dass ihr euch das Video angesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.